Jo, heidi ho meine lieben Moonwetterfreunde und herzlich willkommen zu einem ganz ganz kurzen Video. Und zwar habe ich euch was zu sagen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht aber nicht zu weit, sonst wird es zu blöde, den Weg wieder zurück zu laufen. Nein, aber im Allgemeinen kann man echt sagen Ciao 2017 und Willkommen 2018, wir werden dich nicht vermissen 2017. Der ein oder andere vielleicht sogar noch weniger als ich. Aber alles in allem muss ich sagen, der Kanal ist dieses Jahr ein bisschen explodiert. Wegen mir. Ich kann nicht mehr dagegen. So, ist jetzt in meinem neuen Weihnachtsgeschenk quasi. Ich zeig euch das mal. Der ist ja. Der Gude. So, setzen wir uns wieder hin. Ja, alles in allem muss man sagen, es war ein echt faszinierendes Jahr auf jeden Fall. Und, ähm, so, ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr umso besser weitergehen wird. Ne? Also, man kann ja sowieso nur so hoffen. Nicht. Weil anders kann man sowieso nicht tun. Ne, äh, aber alles in allem muss man sagen, es war ein faszinierendes Jahr auf jeden Fall. Aber, leider ist sehr viel Scheiße passiert, ne? So, hoffen wir mal, dass 2018 deutlich besser wird als 2017. So. Und wie gesagt, ich wünsche euch allen einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr. Und, ich hoffe für euch alle, dass eure, dass eure Wünsche und Vorhaben alle in Erfüllung gehen werden. Und, dass euch, ja, nix dazwischen kommt. Äh, knallt schön, haut ruhig raus. Ich, äh, muss mich jetzt langsam aber sicher mal fertig machen. Weil ich werde, äh, später abgeholt, dann feiern wir in der Familie schönen Silvester. Mal gucken, was das so Knabbern gibt. Das ist ja auch ganz schön wichtig an der Sache. Ansonsten habe ich jetzt schon gesehen, ähm, Rockland, ähm, das Silvesterfeuerwerk. Dann auch das von Sydney in Australien. Jedes Mal ein fantastisches Feuerwerk. Aber gut, ich habe sowieso ein spezielles Verhältnis mit Australien. Ich finde, Australien ist das geilste Land der Welt, bin ich ganz ehrlich. Und, äh, es würde mich nicht wundern, dass wenn es irgendwie klappen würde, dass ich dahin auch auswandern täte. Äh, weil, wie gesagt, ich mag Australien, ich mag, ähm, alles in Australien. Also, es gibt, glaub ich, nicht einen Aspekt, den ich in Australien nicht mag. Ähm, ja, was bleibt noch so großartig zu sagen, ne? Es ist einfach ein richtig geiles Land. Mit richtig geilen Menschen. Hm. Australien ist der wahr gewordene Traum. Obgleich es dort äußerst wenig, ich glaub, das ist das einzige Wort, man gegen Australien sagen kann. Ähm, es gibt da Momente, äh, da gibt es da einfach kein Unwetter. Soll es schon ein ganzes Jahr gegeben haben, wie ich das gehört habe. Von Familienmitgliedern, die dort drüben wohnen. Naja. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt ein kleines, ähm, Infovideo. Mal so für euch. Und... Was hab ich noch zu sagen? Nix. Ein letztes Mal in diesem Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr. Wenn ihr schon gerutscht seid, dann lasst es euch gut gehen. Und ein letztes Mal in diesem Jahr. Ich sage Ciao. Mit... Au.